Ein Wirt aus Ratinge nimmt jetzt von all seinen Gästen Eintritt, pauschal 3 Euro, egal ob man was verzerrt oder gar nichts isst. Er sagt, das sind Unkosten, die ihm entstanden sind aufgrund der Corona-Krise und des Ukraine-Krisis. So eine Kostenpauschale, die ein Restaurantbetreiber nimmt, ist tatsächlich Neuland, auch juristisches Neuland. Mir ist jeweils kein anderer Fall bekannt, in dem ein Gastronom Geld dafür nimmt, dass man sich erstmal hinsetzt und dann dort essen möchte. Denn anders ohne das Sitzen kann man ja dort eigentlich gar nichts essen. Ich will jetzt juristisch mal schauen, ob diese Neuerung, die auch dem Hotel- und Gaststättenverband etwas neu vorkam, tatsächlich rechtlich in Ordnung ist. Und was ihr tun könnt, wenn der Restaurantbetreiber plötzlich Geld von euch fürs im Restaurant sitzen haben möchte. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Bock habt, abonniert gerne diesen Kanal. Dann solltet ihr auch rechtlich up to date, wenn es Alltagsfragen zu wissen gibt. Und davon haben wir hier jede Menge gelöst. Das hier ist auch eine Altersfrage. Cedrics Restaurant, so heißt das Restaurant aus Ratingen, in dem man drei Euro dafür zahlt, dass man sich überhaupt erstmal hinsetzt, egal was man isst oder trinkt. Nur für Kinder gibt es keine Kostenpauschale. Und um die Gäste darauf hinzuweisen, stehen Schilder auf den Tischen. Und auf den Schildern steht, liebe Gäste, aufgrund der extrem gestiegenen Kosten im Bereich Einkauf, Personal und Energie sind wir leider gezwungen, pro Gast einen Kostenbeitrag von drei Euro zu erheben. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen einen schönen Aufenthalt. Die Begründung, die liefert der Gastwirt auch. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, das sind alles Faktoren, die die Preise haben, in die Höhe schießen lassen. Ihr wisst vielleicht, dass die Ukraine einer der wichtigsten Herkunftsländer für Sonnenblumenöl sind. Und sagt der Wirt, allein das Frittierfett ist als krassestes Beispiel ums Doppelte gestiegen, um 100% gestiegen, hat sich also verdoppelt der Preis. Und während der Corona-Schließzeiten muss er erst Personal entlassen oder zumindest nicht mehr weiter beschäftigen. Und jetzt muss er sich zu höheren Preisen wieder einstellen. Das ist alles so teuer, dass er jetzt diese Pauschale von drei Euro nehmen muss, um alles noch finanzieren zu können. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hörte wohl zum ersten Mal von so einer Maßnahme, war jetzt erstmal verwundert von einem Eintrittsgeld in eine Gaststätte. Aber der Restaurantbesitzer Horst Ingendorn, der steht zu seiner Entscheidung und er sagt, ich finde es fairer, so einen Beitrag zu nehmen, als überall die Preise jetzt anzuheben. Auch bei meinen Gerichten ist es so, wo gar keine Mehrkosten entstehen, würde man ja ansonsten die Preise anheben. So haben die meisten Gäste Verständnis dafür, drei Euro extra. Und damit ist ganz offen und ehrlich kommuniziert, dass man hier das Geld braucht, um alles weiter finanzieren zu können. Aber es kann bei den alten Preisen bleiben. Denn es ist zum Beispiel so, wenn die Leute sehen würden, dass ihr Steak plötzlich um die Hälfte teurer geworden wäre, dann wären sie sauer. So ist es sehr transparent. Und deswegen haben die meisten offenbar Verständnis für diesen Eintritt in die Gastronomie. Der wird betont übrigens, dass der extra Eintritt nicht zu groß Kasse macht. Er hätte dadurch keinen gesonderten Gewinn, sondern er könnte damit gerade mal eine Schadenbegrenzung betreiben. Apropos Schadenbegrenzung, falls ihr eine Lebensversicherung habt, dann könnt ihr euch jetzt die Beträge zurückholen. Bis zu 10.000 Euro sind da drin. Unten in der Caption seht ihr, wie das funktioniert. Wir checken, wenn ihr eine Lebensversicherung habt, ob das funktioniert. Das dauert maximal eine Minute. Also jeder, der eine Lebensversicherung hat, sollte sich mal überlegen, ob er in der aktuellen Niedrigzinsphase die überhaupt noch weiter haben möchte. Ja, wie sieht das rechtlich aus, wenn man Eintritt für ein Restaurant nimmt? Kommt mir auch erstmal ein bisschen komisch vor. Ich will mich setzen, will mich wohlfühlen, will mir ein Wasser trinken. Und dann soll ich drei Euro dafür zahlen? Naja, es ist tatsächlich so, wenn ihr euch setzt, was esst und was trinkt, dann schließt ihr einen Vertrag mit dem Gastwirt. Und die Preise für diesen Vertrag, die könnt ihr in der Regel der Speisekarte entnehmen. Wenn ihr eine Bestellung aufgebt, zeigt ihr damit, dass ihr auch bereit seid, diese Preise zu akzeptieren. Die Berechnung einer Kostenpauschale, die ist aber alles andere als üblich. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, die Forderung des Wirts hier zu begründen. Fakt ist jedenfalls, er hat überall Schilder aufgestellt auf den Tischen. Und diese Schilder, die werden Teil des Bewirtungsvertrages. Diese Schilder sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Und da sind wir mittendrin in der juristischen Prüfung. Paragraf 305 BGB. Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbeziehungen in den Vertrag. Also die Frage ist, inwiefern werden diese Schilder in den Bewirtungsvertrag einbezogen. Und da gucken wir uns den Absatz 2 an. Da steht in Absatz 2 Nummer 1 drin. Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn der Verwender bei Vertragsschluss die andere Vertragspartei ausdrücklich, oder wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist. So, jetzt kann man natürlich sagen, so ein Wirt, der kann ja jetzt nicht mit jedem darüber reden, dass er 3 Euro Pauschale nimmt, weil da vielleicht 100 Leute in dem Restaurant sind. Deswegen kann man sicherlich vertreten, dass ein deutlich sichtbarer Aushang reicht. Und wenn das auf jedem Tisch steht, dann ist das natürlich so ein deutlich sichtbarer Aushang. Also würde man erstmal sagen, ja, das passt schon, dass der Wirt hier diesen Aushang hat und dass die Preise nur auf dieser Karte aufgefüllt werden. Allerdings, schwieriger ist eine andere Sache. Ihr müsst euch auch mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden erklären. Das bleibt ihr, wenn ihr sitzen bleibt, ohne etwas zu tun, nachdem ihr das Schild gelesen habt. Ja, kann man so sagen, ja, ich bleibe hier sitzen, habe das Schild gelesen. Und da muss man sich natürlich die Frage sein, ob ihr damit dann einverstanden seid mit der Pauschale. Dazu muss aber das Schild auch eindeutig formuliert sein. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Auf dem Schild steht, dass jeder Gast einen Kostenbeitrag von 3 Euro zahlen muss. Da ist in meinen Augen nicht eindeutig, wer ist Gast. Gast könnte man auch sagen, sind nur diejenigen, die auch wirklich Gäste des Restaurants sind, da etwas konsumieren. Man kann aber auch sagen, naja, Gast ist in einem Beherbergungsbetrieb, in einem Restaurant. Auch jeder, der überhaupt nur das Restaurant betritt. Aber ist schon jemand Gast, der dort nur auf Toilette geht oder sich kurz hinsetzt, um sich auszuruhen? Wohl eher nicht. Das heißt, da ist die Formulierung vielleicht nicht juristisch ganz korrekt. Aber der eine oder andere wird sicherlich wissen, wenn ich hier in einer Gesellschaft mit zehn Leuten komme, neun essen, was einer nicht, bin ich mit Gast. Also, ist ein bisschen auslegungsbedürftig. Natürlich, da sieht man auch selbst da auf solchen kleinen Kärtchen, muss man sehr, sehr genau sein. Aber ich glaube, dass es im Zweifel vor Gericht wohl ausreichen wird, wenn man es deutlich auch sehen könnte. Und dann ist es tatsächlich so, dass das Sitzenbleiben auch tatsächlich nach Kenntnis, aber erst dieses Schildchens eine Einwilligung sein kann. Und was natürlich immer geht, der Wirt kann auch sowieso verlangen, dass ihr was bestellt oder euch eben hinausbitten. Das ist im Rahmen seines Hausrechts sowieso möglich. Also verschiedene Optionen, aber ihr seht, wohin die Krise uns führt. Mittlerweile sind die Wirte sogar schon so weit, dass sie eine Pauschale nehmen müssen dafür, dass man einen Sitzplatz hat. Ich habe was Ähnliches nur mal gehört von einer Freundin, die auf Ibiza was trinken gehen wollte. Und da sollte man angeblich 100 Euro allein dafür zahlen, dass man überhaupt da sitzen kann. Also die scheinen da etwas schweiter zu sein. Die Spanier jedenfalls auf solchen, ja weiß ich nicht, Promi-Inseln wie Ibiza scheint es dann etwas exklusiver vorzugeben. Und ich hatte es euch ja versprochen, es gibt ja am Ende eines jeden Videos immer nur eine kurze Lesung aus meinem Buch. Und das ist jetzt heute eine Lesung aus dem Kapitel Restaurantbesuch. Der Teufel steckt im Detail und das ist die Seite 186. Und wie ihr ja wisst, brauche ich da eine kleine Unterstützung, sonst sehe ich hier gar nichts. Und das Kapitel, was ich euch vorlese, ist ein kurzes, aber wichtiges. Kann man eine Reservierung einfach verfallen lassen? Passt also schön zum Thema unseres heutigen YouTube-Videos, kann man einfach eine Reservierung verfallen lassen. Wer kennt das nicht? Man plant ein gemeinsames Essen mit Freunden, reserviert vorsorglich einen Tisch im Restaurant und dann wird man doch krank, findet keinen Babysitter oder muss aus einem anderen Grund absagen. Also lässt man die Reservierung verfallen, ohne im Restaurant Bescheid zu geben. Aber geht das so einfach? Eine Reservierung ist nicht so unverbindlich, wie die meisten Menschen vielleicht denken. Denn rechtlich kann man eine Reservierung als eine vorvertragliche Verhandlung betrachten. Gast und Gastronom sprechen darüber, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Bewirtungsvertrag abschließen wollen. Wird eine Reservierung im Restaurant nicht wahrgenommen, kann der Gastwirt Ersatz seiner Vorbereitungskosten oder sogar entgangenen Gewinn verlangen. Allerdings muss der Wirt beweisen, dass er wegen der Reservierung andere Gäste wegschicken musste. Dies geht aus einer Entscheidung des Landgerichts Kiel hervor. In der Praxis passiert das aber nur sehr selten. In der Regel gibt es keine negativen Konsequenzen. Schließlich will man es sich ja nicht mit seinem Kunden verscherzen. Anders sieht die Sache aus, wenn man im Voraus Leistungen des Restaurants bestellt hat, zum Beispiel ein spezielles Essen für eine Hochzeitsfeier. Erscheint man hierzu nicht, kann der Wirt sich die Kosten für das eingekaufte Menü ersetzen lassen. Schließlich kann er anderweitig nichts damit anfangen und hätte vielleicht alternativ einen anderen Gast angenommen. Wer sein Lieblingsrestaurant schätzt, sollte eine Reservierung in jedem Fall rechtzeitig absagen, damit die Plätze rechtzeitig neu vergeben werden können. Ist aus dem Taschenanwalt, 1499, hier über den QR-Code kommt er ran, hat fast 300 Seiten. Und ja, es sind alle spannenden Rechtsfragen drin, vom der Geburt bis zum Tod. Für wen diese Leserei nichts ist, für den habe ich hier noch was vorbereitet, nämlich noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.